Einen wunderschönen guten Morgen. Wir versprechen hier natürlich keine Dinge, die noch nicht fertig sind. Wir kündigen hier auch keine, sagen wir, Videoserien an, die noch in Planung sind. Aber falls solche Aktivitäten stattfinden, was ich, wie gesagt, nicht bestätige, dann gäbe es viele Mails zu schreiben, Text von Webseiten zu kopieren und sich mit Formatierungen herum zu ärgern. Aber vielleicht, vielleicht muss das gar nicht sein.